Dieses Video widme ich dir allerbesten mit Vergelegenheit der Welt. Liebe, liebe Mrs. K, du hast mich inspiriert, dieses Video zu drehen. Dankeschön, dass es dich gibt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne mein Tutorial, wie auch immer, zeigen, wie man sich ziemlich, ziemlich schnell einmal ein bisschen fresh machen kann oder auch einen quick and easy Make-up Look. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mal wieder verschlafen und so wurde ich inspiriert von meiner lieben Mitfahrgelegenheit. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, dass ich mal so ein Video drehen könnte, wie man sich halt schnell und einfach fertig machen kann. Auf Arbeit trage ich nicht so viel Make-up. Im Prinzip trage ich nur Mascara und Eyeliner. Ähm, aber jetzt möchte ich dich hier einfach mal zeigen, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast, als ich hatte, ähm, ja, wie du dich generell ein bisschen schneller fertig machen kannst. Ähm, ja, im Prinzip habe ich schon die Zähne geputzt. Ich habe mein Gesicht gewaschen und eingecremt. Ähm, wenn du mal sehen möchtest, wie meine Routine zur Gesichtspflege so aussieht, kann ich dir die gerne mal abfilmen. Stimm mal gerne hier oben ab, ob du das möchtest, dann kann ich das gerne mal machen. Ist überhaupt kein Problem. Ist ziemlich schnell. Anfangen möchte ich gerne mit dem Catrice One Minute Face Perfector. Damit hast du dir im Prinzip Primer und Foundation in einem geholt. Es ist generell bei solchen Quick and Easy Looks sehr, sehr hilfreich, wenn du tatsächlich Produkte verwendest, die, ähm, ja, Kombiprodukte sind, sag ich mal, ne? Wo du halt mehrere Sachen in einem hast und dann sehr, sehr schnell ein entsprechendes Ergebnis erzielen kannst. Ich verteile den One Minute Face Perfector immer mit den Fingern. Als Concealer verwende ich von Love den Effektvoll Concealer Pen Radiance Booster und ich habe die Farbe 015 Wake Up Peach. Der hat vorne dieses Puffelding dran. Er sieht auch schon, ja, mitgenommen aus. Genau, dann kann man einfach hinten draufdrücken, das Produkt bekommen und sich aufgeben. Und auch das verblende ich mit meinen Fingern. So hast du dann schon mal eine anfängliche Freshness in deinem Gesicht. Aber, ähm, ja, wir müssen noch ein bisschen was machen, ne? Den One Minute Face Perfector muss man eigentlich nicht setten mit Puder, aber den Concealer. Dafür verwende ich, ähm, ja, einfach einen Puderpinsel hier von BH Cosmetics aus dem Rose Quad Set, was ich dir gerne unten mal verlinke, und gehe in mein Essence All About MAC Puder, um den Concealer zu setten. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man doch einfach schon mal über das komplette Gesicht gehen. Einfach so ein bisschen drüber tupfen. Zack. Das, was womöglich am meisten auffällt, jedenfalls mich, sind die Augenbrauen. Dafür verwende ich hier von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Der hat hier sowohl ein Spoolie als auch hier, na, einfach einen Stift. Und dann, ja, ziehe ich mir mal relativ natürlich meine Augenbrauen nach und blende das Ganze mit dem beiliegenden Spoolie einfach aus. Ja, die Augenbrauen kosten mich immer noch am meisten Zeit, denn ich hasse es, Augenbrauen zu machen. Welcher ist denn dein ungeliebtester Make-Up-Step? Schreib mir das mal unten in die Kommentare. Also bei mir definitiv die Augenbrauen. Für den Augenlook, Gesichtslook, wie auch immer, bietet es sich an, Kombiprodukte zu verwenden, damit man nicht 20 verschiedene Pötchen gleichzeitig verwendet. Da habe ich jetzt hier die Make-Up-Your-Dreams-Palette, die ihr auch hier hinten nochmal seht im Hintergrund. Warum bloß? Oh! Genau, und Make-Up-Your-Dreams-Come-True heißt die übrigens nicht, Make-Up-Your-Dreams, das ist so ein Buch. Da hast du hier den Kalender und ein Notizbuch, Notizblock und auf dieser Seite ein Spiegel und Lidschatten, Blush, Kontur und Highlight, wobei Kontur auch als Bronzer benutzt werden kann. Äh, ja, zum Zeigen etwas unhandlich. Und ich werde versuchen, den Augenlook nur mit drei Pinseln zu schminken. Das ist einmal so ein fluffiger, abgeschrägter Pinsel, ein Blendepinsel und ein Pinsel für das Inner-Corner-Highlight, was vorne so ein bisschen fester und spitz zulaufend ist. Starten werde ich jetzt mit diesem abgeschrägten Pinsel und zuallererst muss ich mein Lid setten. Ähm, das muss man eigentlich immer, ne? Und da gehe ich hier oben in diese Farbe, die Farbe ohne Namen, und gebe die auf mein Lid. Als nächstes gehe ich hier in diesen braunen Ton, der so ein bisschen aschiger ist, und gebe mir den in die Crease. Da ich etwas Schlupflider habe, setze ich meine Crease hier immer etwas höher an. Zur Vertiefung gehe ich in dieses leicht schimmernde Braun etwas ein und vertiefe meine Crease nochmal. Damit hast du dir eine Basis geschaffen und könntest jetzt entweder im Nude-Bereich bleiben oder ein bisschen poppiger werden. Ich habe heute einfach ein bisschen Lust, mich ein bisschen diesem blauen und dem Silberton vor allem zu widmen, den finde ich richtig schön. Deswegen gebe ich mir außen in mein äußeres V mit dem Finger diesen Ton hier auf. Das ist so ein schönes Blau, was minimal schimmert und gebe mir das einfach mit dem Auge auf mein äußeres bewegliches Lid. Und auf die Innenseite meines beweglichen Lids gebe ich mir mit einem Finger dieses Silber. Und was ich auch ganz gerne mache, mir in die Mitte von meinem beweglichen Lid noch irgendwie so etwas Helles zu geben, da gehe ich hier in dieses Gold-B-Schimmer auch mit dem Finger und gebe mir das einfach ganz dezent in die Mitte. Das ging doch schon relativ schnell, jedenfalls im Vergleich zu den Augenbrauen, finde ich. So, dann verblende ich nach oben hin kurz die Lidschatten hier nochmal mit dem Baseton und einem Blendepinsel. Und mit dem Pinsel, mit diesem Abgestrecken, den ich eben verwendet habe, nehme ich einfach nochmal so ein bisschen diese Farbe, die ich hier eben schon verwendet habe, dieses Braun und setze mir das ein ganz kleines bisschen unter meinen Wimpernkranz. Ich blende es auch immer nach oben hin so ein bisschen aus. Gegebenenfalls Vollout wird weggewischt. Und so hast du dir relativ schnell einen ziemlich coolen, eisigen Look auf die Augen gezaubert. Wer es mag, ich mag es sehr gerne, zieht sich noch ein Eyeliner. Ich habe hier von Avontro Glimmer Sticks ein Eyeliner in Glimmering Onyx. Also das ist quasi ein, ja, dunkelgrauer Eyeliner. Der lässt sich auch so rausdrehen, das ist auch sehr einfach. Und den trage ich mir jetzt einfach mal eben schnell auf. Ich finde, dass dieser dezente Eyeliner schon sehr, sehr gut zu dem Look passt. Als Augenbrauen-Highlight und als Inner-Corner-Highlight gebe ich mir die gleiche Farbe auf, die ich hier in der Mitte ja schon hatte. Natürlich kannst du die Steps weglassen, die du als unnötig oder wie auch immer für dich erachtest. Wenn du sagst, ach Mensch, Augenbrauen oder so ein Lidschatten-Look oder so, den brauche ich nicht. Mir reicht es, wenn ich so einen Mono-Look einfach mache und mir einfach einen Lidschatten auftrage. Ist es ja vollkommen in Ordnung. Oder wenn du keinen Eyeliner ziehen willst. Das ist jetzt einfach nur, was man so alles theoretisch mal eben so schnell machen könnte. Was meiner Meinung nach nie bei einem Look fehlen darf, ist Mascara. Da habe ich von Catrice die Glamadol Boost Lash Growth Volume Mascara. Das ist die, die dir auch hilft, dass deine Wimpern so ein bisschen wachsen. Also, ja, sprachst du dir dann auch das Auftragen eines Wimpernserums quasi. Transformation start! Ja, und so sieht dann der fertige Augenlook mit Mascara-Eyeliner und Tüdelü aus. Ja, ne? Im Prinzip alles drin. Dann widmen wir uns mal der Base. Also der bunten Base. Und zwar nehme ich mir einen Bronzer-Pinsel von Essence, gehe hier in die etwas hellere Kontur erstmal vorsichtshalber rein. hat schon werbe Produkt drauf und gebe mir das als Bronzer auf. Bronzer sitzt. Dann gehen wir rüber zum Blush. Dann nehme ich hier diesen Rosenholz-Ton und gebe ihn mir auf die Wangen. Dann gebe ich mir den Highlighter auf. Dafür gehe ich hier in diesen kühleren Ton und gebe mir den Highlighter hier auf. Wow! Der... Wow! Wow! Der ist krass! Wow! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Halt, ho Belli! Der kann was! Und das aus einer Essence-Palette für 14,95 Euro. Scheiß die Wand an! Oh, wow! Der ist echt gut! Dann ein bisschen was auf die Nasenspitze. Ich verblende es auch immer ein bisschen oben auf die Nase. Hier oben auf der Stirn. Nur so ein ganz kleines bisschen zwischen den Augenbrauen. Dann gebe ich mir was auf meinen Lippenherz. Und so glänzt man vorsichtig. Ich mag diesen Glowy-Look einfach, ne? So! Ich finde, die Palette hat sich echt gut geschlagen. Also das, was ich jetzt davon verwendet habe, hat mir echt gut gefallen. Dann kann ich die auch guten Gewissens dann tatsächlich vielleicht an einen von euch verlosen. Wer weiß? Ja. Lippenstift. Als Lippenstift verwende ich ein 2-in-1-Ding. Und zwar ist das von Benefit Double The Lip They Are Real. Den habe ich hier. Den hatte ich aus einer Benefit-Box. Das ist der Lusty Rose Beyond Sexy Lipstick & Liner in One. Und, ähm, genau. Muss ich kurz rausdrehen. Das ist tatsächlich so, dass du oben den Lip Liner hast und unten den Lippenstift. Und die trage ich mir mal schnell auf. Ich finde den dezent, aber sehr, sehr schön. Also auch für den Alltag mega geeignet. Und fixieren wir das Ganze mit dem Trended Up Expert Fixing Spray. Ein Moment. Ready to go, würde ich sagen, oder? Also, mir gefällt das Make-Up richtig gut. Ich finde dieses Blau auch mal wirklich toll. Das ist mal was anderes. Ich komme mal noch etwas näher. Ja, also das wäre dann halt quasi der fertige Make-Up Look. Meine Augenbrauen, ja, lässt sich drüber streiten. Aber das ist ja grundsätzlich jeder Streitthema scheinbar. Die sind ja, wie sie sind. Und ich bin kein Augenbrauen-Master. Ich mag auch nicht so gerne, meine Augenbrauen zu malen. Aber gut. Ansonsten, der Look gefällt mir richtig gut. Ich mag die Base. Ich mag es einfach auch so ein bisschen frisch auszusehen. Aber, ja, es ist schon krass geschminkt. Gerade die Augen. Aber es wirkt nicht so extrem. Und das gefällt mir richtig gut an diesem Look. Und wie angekündigt, kannst du in diesem Video diese großartige Make-Up Palette gewinnen. Um vielleicht auch einen Quick-Make-Up Look hinzukriegen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach vorbei. Verlosungen gehen immer vier Wochen bei mir. Und, ja, dann wird der Gewinner benachrichtigt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und lass es dir gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.